so 2002 und ist episode 4 ja episode dreht mal abgebrochen weil war ja bei dem siebten level da wusste ich nicht mehr wo es weitergeht da haben wir alles abgesucht gehabt und keine ahnung mehr bei dem aber bei dem achten level als dann gesehen direkt gesehen haben dass wir gleich am ende wieder von pink ist am stelle so habe ich dann gesagt kommt fahrt auf abbruch das hält mein nervenbündel nicht aus dementsprechend ja ich habe auch überlegt ob ich das normal versuche also ob ich mal praktisch ab episode sieben noch mal aufnehmer und bei episode sie noch mal gucke also bei level hier mit 47 ob ich da noch mal gucke wie ich da weiterkomme da gibt es ja die messe wikis und ich kann ja auch direkt die wort datei einsehen mit diesen editoren aber war mir alles nichts und ganz ehrlich wir machen direkt mit episode 4 weiter ja jetzt weiß ich nur nicht mehr das war 2010 nein wir brauchen das da alles andere stimmt ja nun mal sagen machen wir direkt mit episode 4 weiter level 1 mit 1 wie auch immer man das jetzt nennen mag da bin ich mir auch nicht so eigentlich so ja ja ein fahrstuhlöchern an und ob es da eine treppe ist aber ich sehe auch keine treppe ich sehe erst weiter hinten ich sehe mich Stop, da war du Scheiß-Pinkie, äh, du Scheiß-Pinkie, geht doch. Fuck! Oh man. So. Ah, Humbug, okay, der schon. Okay. Okay. Ah, wow, okay, nice, der fällt mir. Kann man so machen. Kein Secret, kein nichts, kein gar nichts, schade eigentlich. Es gibt doch nur ein einziges Secret. Hat er mich echt noch getroffen? Ich glaub's nicht, ich glaub's nicht. Ach so. Das muss mir doch mal einer sagen, ja. Ah. Ah. Tja, solche Fallen funktionieren bei mir nicht mehr mit Dope, kommen wir von Magalina. Zumindest wenn's nur so wenig sind. Ich glaub, wenn jetzt mit einmal natürlich 50 Gegner kommen, dann bin ich natürlich am Arsch. Aber zwei Gegner, die damit einmal spawnen, ist jetzt nur wirklich ein Witz. Danke. 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 So, die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Wir haben die rote Karte, war irgendwo eine rote Tür? Da hinten ist noch was Weißes. Okay. Ach so, da wo wir gerade die Pelle hergenommen haben, das war ein Secret. Oh, das ist noch ein Secret. Komm, wisst ihr was? Hier. Leck mich am Arsch. Gehen wir da nochmal rein. Da scheint ein Secret zu sein. Ein Secret zu sein. Aha. Ah. Ah, so geht das. Lol. Aber wozu ist das? Das Ding. Ach so, das Exit. Wow. Lol. Gefällt mir. Das sieht auch geil aus. Nice. Äh, ja, übrigens, ich hab gesehen, wie gesagt, es ist ja erstes, dass wir mal ein bisschen quatschen. Ich hab gesehen, Alter, ich bin extrem schnell durchgerannt gerade. Ich bin immer noch so auf diesem Speedrunner-Modus gerade. Na egal. Ähm, was wollte ich sagen? Genau. Mir ist aufgefallen, ich hab ja gesagt, es gibt einmal 2002 Doom Odyssey und zweimal 2002 Doom Odyssey 10 Jahre Copilation oder so. Ähm, oder dieses 10 Jahre Special halt. Äh, was mir aber aufgefallen ist, ist dieses 10 Jahre Special. Das scheinen gar keine neuen Maps zu sein, sondern das scheinen genau die gleichen Maps zu sein, die bloß ein bisschen überarbeitet wurden. Das heißt also, das werden wir wahrscheinlich dann doch nicht spielen, weil das bringt halt im Let's Play, ja, wenn sich da und damit ein bisschen was verändert hat, ist jetzt nicht, wo man sagen muss, da müssen wir jetzt gleich ein neues Let's Play starten. Von daher schade eigentlich, aber gut. Okidoki. In dem Sinne, schau mit V. Schau. Schau.